das nenne ich mal super action boost post biet das hat geklappt disco kugel ab ist geworden und so wird mehr die ein bowser truppe um ausführer sehr schön wir sind so wie Leute aber ich immer es ist ich habe keine Lust hier ewig zufrieden diesen burs wo auch steht worden den 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 gehen und gehen 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 wenn nicht so ein töten wir sind bei bauwärts oder so hat er okay damit kann uns und töten los den Türen Türen und in 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 okay okay no week i've got to know me as like kush off to you rule kundin den 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 help peter thanks for the field dem 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 okay okay als gar nicht wie geht das mit der Kugel und es ist die Kugel zum Vorwand so oft die Art wäre ich habe ich geändert you have to use order strategy den den nach zwei Treffen die 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 um 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 knapp er er auf n d Dürren ganz ehrlich das will ich mir nicht noch mal antun diesen Bus ja ich leite live uhr schild ok dafür muss sich das machen das war so klar aber irgendwas hat passieren müssen aus dem Bild im Kursen und laut und 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 mehr nur zu einem nun nun vorher Lund und an und an Damm 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 Nein es war doch so knapp Klaus Fick dich ich mache hier ist noch dasselben Fehler, File ups, egal nur dasselbe DIN 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 ich hoffe das Ganze wird nicht Aschenkunde ausschneiden geschafft bist du down? es sieht so aus, das Peach! JA! UNGLAUBLICH! PEACH! ich balle die Becker-Faust Cursed clear mit Save-States ich wollte es nicht, aber es war mir jetzt doch zu dumm tut mir leid DIN 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 Mario kriegt einen Kuss das war Marius und Luigis Abenteuer Mario Luigi Peach Yoshi und all seine Freunde nehmen Urlaub New Blanc oh yeah wir haben es geschafft was soll ich sagen, ich weiß nicht ob noch Text kommt ich guck gerade, ich weiß es nicht ich sollte vielleicht, was kommt und ja das wird das Auto sein genau das ist es auch wir haben es geschafft es war eine Reise zurück in meine Kindheit und ich weiß, warum ich das Spiel so lange nicht mehr angefasst habe es waren diese letzten Schlösser bei denen ich mich auch zu doof angestellt habe und es tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich zu Save-States greifen musste und das auch noch bei meinen ersten fertiggestellten Jump'n waren ja mein Fazit also es hat wieder Spaß gemacht es war teilweise frustrierend es war anstrengend es war die Hölle auf Erden es war der Himmel ich weiß nicht, wie ich sagen soll es war schwer schwer für mich jedenfalls nach all den Jahren aus der Übung kommen und den letzten Boss nie wirklich gemacht zu haben deswegen ich weiß es nicht es ist halt Super Mario World man kann denken darüber, was man will es ist die normale Version bzw. Remake für den GBA ich habe auch nicht alle Endings ich habe zu Endings schon alle Ausgänge gemacht ich glaube, das hätte mich nur noch mehr in den Wahnsinn getrieben weil ich es bestimmt schon wieder über eine Stunde aufnehme ja es ist geschafft ich bedanke mich bei allen, die drangeblieben sind die sich das Ganze mit mir angetan haben ich freue mich ein paar Views zu haben hoffentlich werden es noch mehr womit sich noch mehr Leute mit uns freuen können und ja was soll ich noch sagen da schlüpfen die Yoshis thank you wir haben es geschafft damit verabschiede ich mich jetzt auch für heute und für Mario ich glaube, das brauchen wir uns jetzt nicht mehr ansehen ich freue mich auf unser nächstes Let's Play ok es geht jetzt erstmal ja, im Moment läuft noch Left 4 Dead und Zelda das wird noch eine Zeit lang gehen denke ich beides und dann sehen wir uns bei Left 4 Dead, Zelda oder wann auch immer ihr wieder wollt und wann ihr mich wieder sehen noch hören wie immer wollt ich bin Agni von den Koopo Flyers das war Super Mario Advance 2 Super Mario World der Remake für den GBA Tschüss